Willkommen bei ProfiSchnap.de hier im Showroom in Empfingen. Heute habe ich für Sie eine komische Kombination, nein, eine moderne Kombination, wie man sie heute hat, für zwei bis drei Personenhaushalte und zwar das Modell Musterin 2875. Intern bei Schillig heißt es 77070, denn das ist der Produzent. Ein Sofa mit Sessel in dem Top Longlife Leder Z7799, eine ganz klassisch-kubische Form. MR2875 ist ein Systemprogramm, wo Sie alles wählen können, Sitztiefe, Sitzhöhe, Arte, Armlehne. Diese Kombination stammt von einem Kundenstorno, das heißt der Kunde hat sich das so rausgesucht und aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht gewollt. Warum, wissen wir nicht. Das Leder ist der Hammer. Ein Leder, welches Longlife-Schutz hat, also voll geeignet für Familien, für Kinder, für Männer und trotzdem eine natürliche Prägung. Das heißt, das was Sie sehen auf der Oberfläche, das ist genau so gewachsen. Das ist nicht künstlich draufgeprägt, sondern das ist natürlich. Ein Sofa, dreisitzig mit breiter Armlehne, mit viel Platz zum Liegen, zum Lümmeln und ein Sessel, wo die Armlehne angepasst ist, wo die Armlehne schmäler ist, damit das Ganze auch nach was aussieht. Die Maße kann ich Ihnen auch noch verraten. Wir haben beim Sofa 2,35 Meter und beim Sessel nur 90 Zentimeter, so dass man das schön auch über Eck stellen kann. Alles ist natürlich wie immer bei Schilik und bei Musterring voll bezogen. Auch hinten, so dass Sie das freien Raum stellen können. Und alles ist in Top-Qualität mit Federkirn im Sitz, mit Nossack-Unterfederung, Buche-Gestell. Also an Qualität kann sich Schilik messen mit den ganz Großen wie Rolf Benz, Walter Knoll und so weiter. Der Preis ist heiß. Eine echte Schnäppchen-Kombination für kleine Wohnräume. Ist das was für Sie? Würde mich freuen. Dann, mein Tipp, schnappen Sie zu. Dankeschön und tschüss. Ihr Lutz Reinhardt.